neues kapitel die rollen am selben tag 23.30 wo ist denn papas arbeitszimmer weil sie kann auch aus julias tasche genutzt werden tagebuch 18 juli alles hat sich verändert ich fühle mich wie ein anderer mensch die besten dinge an mir sind alle mit martha gegangen ein enthousiasmus meine lust am leben und die lust späße zu machen ich bin allein mir selbst überlassen durcheinander ohne wünsche und erwartungen ich spielte am see mit den kameras herum als ich einen körper auf dem wasser treiben sah ich weiß nicht mal mehr was ich davor getan habe noch eine gedächtnislücke der leblose körper war der von martha meiner schwester mama rannte auf mich zu und nahm mich in den arm sie hielt mich für martha und die tote für mich julia ich löste die verwechslung nicht auf und jetzt ist es zu spät wenn sie herausfinden dass ich alle belogen habe ich will gar nicht daran denken ich fühle mich schrecklich schuldig so zu tun als wäre ich martha und taub zu spielen ich habe das foto für marthas rahmen gemacht ich weiß dass es jetzt zu spät ist und ich habe einen unglaublichen schmerz gefühlt als ich das bild dort platzierte in diesem moment habe ich mich für immer von ihr verabschiedet mir wurde klar dass sie weg war und dass es kein zurück mehr gab es gibt eine sache die ich für martha tun muss ich muss herausfinden was passiert ist die partisanen können sie nicht getötet haben das ist einfach nur lächerlich lapo ist mein freund und er ist einer von ihnen er hat uns geliebt wir kennen sie alle also ist es schlichtweg unmöglich die musik ist auch sehr fröhlich wo ist denn papas arbeitszimmer war das das abgesperrte zimmer oben aber das ist doch bestimmt das schlafzimmer der eltern oder nicht vielleicht ist es ja an dem schlafzimmer der eltern dran die hunde durchs fenster wie bei hochwerfen hä wo bin ich hä wo bin ich denn jetzt ach die türen waren alle zu ach so ja okay ich glaube ich habe es gefunden oder nee das ist eher mutter hier ist nix okay das ist der schreibtisch hier ist ein schlüssel bis rechts unten an gedanke no face martha aus dem schrank wo das wirklich hier ist der kamera blitz jetzt kann ich martha auch im dunkeln fotografieren warum will ich meine tote schwester fotografieren hallo habe papas sachen kriegskarten ich habe gehört dass sich alles an dieser neuen verteidigungslinie abspielen wird florenz ich weiß ja nicht mal wo wir sind aber was ist denn da ist eine treppe wo geht die denn hin wir stehen jetzt einfach wie eine leiche da und reden ich sollte es wirklich nicht riskieren aber ich mag es ihnen beim schlafen zuzusehen es ist ihre einzige gemeinsame zeit während der sie sich nicht streiten ich gehe noch mal zu mutti kann ich irgendwas klauen oh gott hilfe was war das denn ich habe wirklich nichts gedrückt und ich kann da nicht lang okay dass das hat es gesagt ich bleibe hier hängen das war das problem okay es sind es beerdigungs namen die seele einzufangen du hast recht du hast recht kannst du nur dass ich kann ich nicht macht sich dann selbstständig wieder an nee okay gut wir klauen einfach unseren eltern den schlüssel während sie darüber schlafen wir sind echt mutig was haben wir hier eine alte kamera am see gelassen wird sie benötigt die schlüssel die seele auf dem foto warte ich habe doch gelesen das sind haken warum ist das noch warum ist das noch nicht fertig habe ich noch nicht alles gelesen konnte ich blättern und ich habe nicht geblättert zum taschengeld auf die zeitung ist weg ist das die haustür der wirklich taub ist und man kann nichts hören wenn es gesagt wäre nicht so cool also weiß ich nicht mister ex und den ich hören ist echt fies glaube ich ich glaube jetzt fängt der der ernst des lebens an und wir müssen gucken ob es läuft ich glaube da hinten links runter das aber auch also es ist nicht gut für die umwelt dass da überall die laternen sind keine probleme mit dem audiobalancen das stimmt überhaupt keine teuren kopfhörer das stimmt aber also die performance haben sie auf jeden fall verbessert ganz ehrlich also definitiv okay also ich bin halt ganz ehrlich so also das gras dafür dass es hoch ist und nicht mittel sieht halt schon eher nach mittel aus aber ich finde auch dass von hoch auf ultra halt so ein krasser grafikunterschied dass das mich gar nicht gewöhnt ich kenne es nur mit blinden ich glaube also wo die halt was ist das ich höre irgendwas links von mir hören wir auf damit ich weiß immer noch nicht was das spiel sein will okay da kommt hier einfach ein tollwütiges wildschwein auf mich zu gerannt das blinden ich war inner souls oder irgendwie sowas da hast du nur irgendwie lichtpunkte gesehen weil du halt nicht wirklich blind bist aber also der den du spielst ja aber du halt nicht ich bin ich finde es gerade unangenehm ich weiß was passiert denn jetzt wird es ein böses spiel wo muss ich eigentlich hin was ist der wo ist der see was warum ist die karte so komisch was ist das die kamera am see die kameras haben das sind die drei kameras okay das ist also der see gottes aber ein weiter weg ich hoffe ihr habt rucksäcke dabei mit essen und trinken und gemütliche schuhe an wir gehen jetzt spazieren wieso bin ich so langsam ich liebe die nacht aber diese nacht macht mir angst im dunkeln habe ich das gefühl dass ich all das leid spüren kann für das ich verantwortlich bin es rückt mit jedem schritt näher ich spüre wie ein kalter wind an mir vorbeizieht ja die musik ist echt langweb ich habe martha verletzt nein hast du nicht je näher ich dem see komme desto sicherer bin ich mir wie könnte es denn anders sein rechts oder links ich habe sie getötet um die liebe zu stehlen die jeder nur für sie empfand wie konnte ich nur so etwas tun da war noch ganz stimmt okay wo ist die karte links du hast joghurt im rucksack dann pass auf dass ihn keiner klaut und zwei rein bitte ist hier eng also in dem genau in der mitte der baum ja da war doch gerade die weiße frau richtig auch gott jetzt dachte ich das wäre sie auch und da kann ich foto machen im moment ich hätte gern blitz glaube okay das ist alles was ich habe okay cool oh das ist unangenehm leute echt unscharf wird wieso ist es jetzt wieder unscharf deutsche soldaten papa hat angeordnet dass in der nähe des hauses patrouillen durchgeführt werden aber wie konnte dabei ein helm verloren gegangen sein das weiß nur gott jetzt mal ohne scheiß das ist das gleiche wie in der demo aber in der demo was hell du hast auch gesehen das licht oder ja das licht eindeutig ist das licht ok eine kerze vier kerze vier kerze ich finde es unangenehm aber wir sind auf dem richtigen weg ich finde es unangenehm es passiert wirklich gar nichts ich finde es aber trotzdem total unangenehm es ist zu lange ruhig sie redet ja nicht mal und in der demo ist was passiert aber ich glaube das war ja um die demo zu schließen also abzuschließen wir haben schon fünf prozent des weges geschehen wolfsgeheu ja total lurker mach es halt noch unangenehm äh wo bin ich ich habe mich verlaufen leute hä ok der weg ist nicht eingezeichnet wir laufen den weg ich will wissen ob es wie in der demo ist aber da war es hell aber schreib ins buch ich komme nicht weiter ok das war echt das war ein bisschen eklig gerade wisst ihr was ich mache ich mache mal den ton bisschen lauter ja mein Gott wann kommt die Blairwood ich mache den ton mal ein bisschen lauter ne es klingt als ob jemand hinter mir läuft jetzt deswegen hasse ich neue horrorspiele wenn ich nicht weiß worauf ich mich ein also einlasse oh nein blöde lampe zum glück habe ich noch mein feuerzeug dabei du hast mich mehr erschreckt als sie ich oh sie warte auf mich ich gehe plötzlich auch schneller also ich renne nicht meine normale schritt geschwindigkeit wurde schneller die kameras sind irgendwo hier in der nähe vielleicht direkt an den lichtern vielleicht direkt an den lichtern was ist das da hinten ist das unser haus ein stoff fetzen hier im wald seltsam ich mache am besten noch zwei kameras ich habe nichts gedrückt sie hat sich selbst abgebrochen okay 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 äh moment benutzen ich glaube also diesmal brauche ich ja den blitz nicht würde ich sagen so wie zu weit weg jetzt ist es schon wieder unscharf es ist aber auch ein mecker fritze so warte jetzt würde ich nur ganz gerne so schön weiß ich nicht da kommt mir bekannt vor Weiß ich, danke. Warum müssen wir das eigentlich mitten in der Nacht machen? Ich meine, das hätten wir doch auch irgendwann tagsüber machen können. Oh Gott, den Weg... Ernsthaft? Ich muss jetzt den Weg... Die Musik ist echt schlimm geworden, seitdem ich hier bin. Links sehe ich meine Kamera schon. Oh, bitte brich dir nicht die Beine beim Weg. Das ist echt unangenehm, kommt. Macht sowas nicht. Das war's. Ich hab sie alle. Die Filme werden mir helfen, zu verstehen, was passiert ist. Nun sollte ich schnell heim, um sie zu entwickeln. Ja, klar. Äh, ne Frage. Kommen wir hier auch zurück? Okay, cool. Oder? Wir gehen einfach mal. Wir gucken mal, wo wir hinkommen. Ich hab auf jeden Fall einen neuen Kameraskin. Das fand ich... Wichtig. Ich mag die Karte auch, weil sie halt... Also, weil man sich wirklich zurechtfinden muss. Alter, Licht. Licht? Kannst du mal die Lampe höher halten? Äh, wird die dunkler oder hält ihn die einfach nur blöd? Wo bin ich? Ach, okay, ich bin hier. Alles gut. Wir sind auf dem Weg zurück. Ähm, Licht. Ähm. Ähm. Also, ich möchte mich jetzt nicht beschweren, aber es ist... Also... Julia. Julia. Ah! Ach so, ich steuer. Links. Wie, RB? Oh Gott. Ich wick's Heim-Events, bist du verrückt, Spiel. Das ist ein bisschen laut, ne? Ihh. Entschuldigung, ich hab versucht, leiser zu machen ein bisschen. Weil es echt laut ist. Ja. Ja. LB. Wo? Äh, wo bin ich? Okay, wir gehen mal rechts. Äh, wie nicht rechts? Okay. Äh, warte mal. Ich seh hier echt schlecht. Das Atmen klingt nicht normal. Wo sind wir denn jetzt? Äh. Das ist nicht, was ich vom Spiel erwartet hab. Ich bin ehrlich. Schön. Einladend. Also, da wohne ich übrigens. Kommt mich doch mal besuchen. Ja, okay, ich guck auf den Sack. Okay, ich guck auf den Sack. Entschuldigung, ich guck nirgendwo anders hin. Wieso bin ich so klein? Hä, warum bin ich so klein? Hä? Ich guck auf den Sack. Eeeey! Okay, ich verstehe langsam, warum... Ich glaube, ich weiß, was Sony zensiert haben wollte. Ich bin... Mama? Mama? Mutti, ich will nicht mehr. Es ist ein bisschen unangenehm. Es ist ein bisschen unangenehm. Wieder ein Albtraum. Sie hat wieder meine Träume betreten. Zwischen ihren Beinen. Vielleicht will sie nur mit mir reden? Was denke ich nur? Märchen, die wahr werden? Und trotzdem spüre ich... Nein, 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 nein. So denkt nur eine Verrückte. Und das bin ich nicht. Ja, es ist mir nämlich... Also... Gut, dass du es auch schon bemerkst. Verdammt. Wo kommt das ganze Blut her? Es ist eigentlich noch nicht so weit. Und das ist viel mehr als sonst. Also, sorry, aber so viel ist... Was passiert mit mir? Folge ich Martha früher in den Tod als gedacht? Ich muss abwaschen und noch einige andere Dinge erledigen. Wenn ich krank werde, habe ich keine Zeit mehr dafür. Die Wahrheit wartet auf mich. Sie muss in diesen Filmrollen versteckt sein. Neues Kapitel. Die Wälder. Drei Tage nach Marthas Tod. 10.30 Uhr. Noch mehr gruselige Märchen. Och, Waffelsturm durch, du Weiße. Also... Ähm... Da ich solche Spiele auch spiele... Ich kann dich da nicht verurteilen für irgendwas. Ähm... Wo ist eigentlich die Dusche? Also, oder... Irgendwas zum Waschen? Erstaunlich ruhig dabei. Ja, ja. Ein bisschen, ne? Das Gepunktete hatte sie abends an. Das mochte ich nicht. Ich trage mal was von mir selbst. Das gefällt mir, glaube ich, besser. Das Weiße hatte ich ja erst an. Und das Schwarze darf ich ja nicht anziehen. Ich will streifen. Auf was für Ideen komme ich nur? Ich würde meine Kleider mit Blut beflecken. Wo wasche ich mich denn hier? Äh... Ähm... Hatten wir sowas wie ein Badezimmer? Das ist doch nur für Gesicht, ne? Wo wäscht man sich denn? Äh... Diese Musik... Ach, das, was zugesperrt war. Okay. Wir sind aber schon so ein bisschen sehr wohlhabend, oder? Also, wir haben ein bisschen viel dafür. Das ist schon besser. Aber ich kann mir das ganze Blut immer noch nicht erklären. Das ist mir noch nie passiert. Ich kann dem Arzt sowas doch nicht erzählen. Sonst muss ich im Bett bleiben und mich ausruhen. Ich kann dem Arzt das doch nicht erzählen, weil wenn ich wirklich was hab, dann müsste ich ja was dagegen tun. Wow. Ich hab grad nicht den Mut, das Telefon zu benutzen. Nicht jetzt. Okay. Klar. Idee muss schon sein. Ja, klar. Das wäre ziemlich unhöflich. Aber ich könnte das Telefon abnehmen und ihr Gespräch belauschen. Auf jeden Fall. Wie geht es dir heute, Irene? Ich mache mir Sorgen, Vater. Sehr viele Sorgen. Wir haben noch mehr Partisanenspuren im Wald direkt neben dem Haus entdeckt. Dieser Lapo. Er steckt bestimmt hinter... Nein, Irene. Sag das bitte nicht. Das ist unmöglich. Ich kenne den Jungen und ich denke nicht, dass... Vater, in diesen dunklen Zeiten ist alles möglich. Alles. Der Junge ist nicht einmal gekommen, um sich von Julia zu verabschieden. Haben sie sich nicht innig geliebt? Er muss furchtbare Angst haben. Und Julia hat immer gesagt, dass... Natürlich. Sie hat immer gesagt, dass sie nur Freunde sind. Aber das weißt du, oder? Freunde sollten solche Dinge nicht tun, Vater. Oder doch? Egal. Du verteidigst sie beide. Du, mein Mann und sogar die Nanni, die eigentlich ein herzensguter Mensch ist. Die Nanni? Ich glaube, dass die Nanni diejenige ist, die Julia verletzt hat. Mit ihrer Leidenschaft für diese bösen Karten. Verfluchte Dinge. Ich hoffe, du hast sie verschwinden lassen. Natürlich. Ich bewahre sie sicher in meinem Zimmer auf. Wie auch immer. Verzeih mir, Vater. Ich muss gehen. Sie sind gekommen, um mich abzuholen. Hab einen schönen Tag. Du auch, Irene. Die Anstalt 0785. Lapo hat etwas mit Martas Tod zu tun. Was haben wir denn getan mit Lapo? Was haben wir gemacht, wenn Freunde sowas nicht machen? Haben wir vielleicht... Also, ich meine, so ein kleines... Also, wir haben da so eine... Das ist mir in der Demo ja schon aufgefallen, ne? Also, es geht ja so wirklich nach vorne. Es ist... Also, wir sind ja eigentlich ein sehr schlanker Mensch hier scheinbar. Aber der Bauch geht halt so gespannt nach vorne. Es könnte sein, ja? Also... Hier, guckt mal. Da ist immer so ein ganz... Also, das ist ganz schwierig. Das ist zu hell. Das ist da. Das ist immer so rund da vorne. Vielleicht ist die auch laktoseintolerant und hat Milch getrunken. Das kann auch sein. Guck mal, da verstehe ich, dass man da also böse wird. Das kann auch sein. Okay. Vielen Dank.